Moin Moine und herzlich Willkommen wieder mal zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass die Story doch noch weiter geht und wir jetzt noch ein paar Timelines zu erledigen haben. Und jetzt sind wir wieder in Trunks Zukunft und müssen mit Zungor spielen. Los geht's. Ich hasse es mit anderen zu spielen, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? Und was war das bitte? Vergiss es. Oh mein Gott! Haben die grüne Energie hier? Dein Ernst? Oh! Hallo! Sag mal, geht's noch? Boah ey! Oh, Trunks kommt... Er kommt tatsächlich doch noch her, ich fass das nicht. Er weiß doch genau, was das mit der Zukunft macht. Ah, ich kann sogar meine Kapseln verwenden. Das ist natürlich gut, das wusste ich natürlich vorher nicht. Aber in Kombinationsangriffen sind die anderen Spiele natürlich wesentlich besser als meiner. Ist dauernd, ist dauernd, ist dauernd... Ja... Ist dauernd, ist dauernd, ist dauernd. And then... Meine Ausdauer aus dem Arsch. Ja, ist okay. Hallo, übertreibst du mich nicht so, Trulla? Oh, das war schon cool. Senkoki-Explosion. Aha. Sehr komische Fähigkeiten. Oder man trifft einfach mal die Mauer und die überlebt das sogar. Ich hab nichts zum Kier aufschlagen, ne? Meine, mein Gott, ey. Trulla, chill mal deine Base. So, einfach schnell heilen. Deshalb Gruppenenergie. Katze übrigens, was das gibt. Er ist tot. Das ist natürlich super. Mein Gott, nochmal! Fuck mich doch nicht so ab, Trulla. Das hat's vollgebracht. Tolle Fähigkeit. Warum? Womit hab ich das verdient? Sorry, dass ich jetzt so durch bin, Leute, aber... Das ist grad'n bisschen nervig hier. Das ist grad'n bisschen nervig hier. Äh, wie soll ich das bitte machen? Hallo? Schon wieder! Ich hab schon wieder keine Ausdauer. Ich sterbe. Aber ich muss doch eigentlich verlieren. Was soll'n' das? Oh mein Gott. Ja. Jetzt muss ich als Algoan gewinnen und dann mit so ner scheiß Special-Attacke. Egal, kennen wir schon. Scheiße. Dreckige Scheiße. Ja, kennen wir auch schon. Bla, bla, bla. Tranks. Betrunkst. Okay. Alter, wie viel Verteidigung hat der Maka denn eigentlich? Und ich hab' kein King mehr. Oh mein Gott. Ich verwandle mich gerade und schon krieg' ich wieder einen auf der Fresse, ey. Ey, das ist doch ein Krampf hier. Ja! Genau! Ah, da krieg' ich mir Aggressionen bei. Echt ohne Scheiß. Ja, danke. Das war sexy. Da weich der einfach mal aus. Ach, ich hätt' noch länger drücken müssen. Ich bin so doof. Manchmal bin ich wegen meiner eigenen Doofheit echt beeindruckt. Ohne Scheiß. Ich dachte, das ist nur ein Schlag. Ohne Scheiß. Schon wieder! Scheiß diaper oder soll. Mann! Wie ich einfach mal gar nicht treffe! Oh Mann, da kriegt man doch Aggression bei! Okay, jetzt hab ich's raus, denk ich. Boah. Aber der Gohan hat immer noch zwei Arme, das ist falsch. Das ist nicht die richtige Geschichte. Eigentlich dürfte der nur einen Arm haben. Oh! Oh mein Gott! Da fällt mir nichts so ein. Yo! Und ich springe genau in die Front rein, ey. Komm, gib's mir... Ne, wir wechseln jetzt nicht den Partner. Boah! Ja, Mann! Schon wieder daneben! Meine Fresse nochmal, ey! Oh! Boah! Auf jeden Fall läuft der Kampf dieses Mal besser als beim letzten Mal. Letztes Mal ist Trunks ja direkt down gewesen. Ich bin auf Ausweichen. Ich hab mein Zillow-Fort-Dinges gemacht, aber nein! Oh mein Gott! C6... äh... C18! Chill mal deine fucking Base, ey! Trunks geht jetzt erstmal wieder auf die Fresse und kommt wieder nicht zurecht. Dann ist er gleich wieder tot. Nein, ich will den anderen... Oh! 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 Immer wenn ich dann gerade versuche, die Move-Kombo zu machen, so, ne... Oh, da krieg ich die Krise! Jedes Mal dann springen die dazwischen. Yo, danke. Steh auf! Oh! Was hast du geblockt? Oh, Mensch, du bist ja toll! Oh! Die Attacke trifft nicht! Oh! Ja, Leute, genauso würde ich mich aufregen, wenn ich jetzt... Oh! Die brauchen viel... Der braucht viel zu lange zum Aufladen. Was ist denn das für ein Scheiß? Schon wieder abgewehrt. Ich hab auch nichts zum Tier aufladen. Das ist sexy. Oh! Nein. Das ist unglaublich. Un-fucking-fassbar ist das! Ja, gehen wir ruhig auf den Schnürsenkel. Controller, ey, Mann! Und ich kann wieder nicht ausweichen. Das ist sexy. Das ist toll. Aber ich hab noch eine Kapsel übrig. Das müsste eigentlich reichen. Wenn jetzt nicht irgendetwas schief geht. Ich überschätze mich nicht. Ich weiß, was ich kann. Dann ist das ein Trollar. Natürlich! Genau in dem Moment. Daneben. Das ist halt schon ein Moment gewesen. Ja, ich weiß. Und jetzt weicht sie aus? Doch nicht. Hätte ich jetzt erwartet. Vergiss es. Da kann ich auch nichts anderes zu sagen gerade. Ich fand das auf jeden Fall in der Serie mega traurig, als Son Gohan dann gestorben ist. Diese Szene alleine, als Trunks dann das erste Mal zum Super Saiyan geworden ist. Das war so episch. Das war richtig cool. Mit Tränen in den Augen, die Musik im Hintergrund. Das alles zusammen. Das war einfach toll. Zukunft Super Saiyan. Cool. Okay. Okay. Das war's. Wie war ich hier? Ich wollte nicht hier sein, oder? Wahrscheinlich. Ich habe mich nicht verraten. Aber... Aber... Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Trunks? Ich habe mich nicht mehr geweint. Ich habe mich nicht mehr zufrieden. Ja. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr zu sagen. Danke, Trunks. Er hat sich in der Grunde genommen sein. Ich habe mich wirklich sehr stark für mich. Trunks? Ja, ich bin der Kohlhaan. Ich bin gut, dass ich mich für die Welt zu retten bin, dass ich mich für die Kraft des Lebens zu retten bin. Natürlich. Ich bin ein paar Jahre alt. 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 Ja. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ah. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch schwierig. Ich habe zwei Kinder. Das ist alles. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Das ist vielleicht nicht so. Hahaha. Das ist ja klar, ne? Ich kann ihn schon verstehen, aber trotzdem. Das hätte er vielleicht mal besser überlegen sollen. Haha. Und wir müssen das jetzt wieder gerade biegen. Das ist ja so. Diese Geschichte ist, von Trunks zu erledigen. Diese Geschichte ist, von Trunks zu erledigen. Ich bin froh. Soll ich noch eine neue Geschichte verletzen. Was ist das? Das ist das Geschichte. Ich bin froh. Aber ich bin froh. Damit bin ich auf diesem Geschichte, bin ich wieder fest. Ich bin froh. dass die Geschichte wirklich erledigen. Das ist das. Ich bin froh. Aber ich werde es noch nicht verletzen. Es ist gefährlich. Aber es wird auch noch eine Geschichte des Verletzigen. Es wird eine andere Geschichte Wir lassen es uns in Ruhe. Was habe ich denn gemacht? Ich habe da gerade nichts mit zu tun gehabt. Abreise des Schicksalskindes. Das heißt, Trunks kommt nicht mehr wieder. Er bleibt in der Zukunft. Vergangenheit. Gegenwart. Irgendwie so. Ich muss mein Handy eben anstipseln. Yo. Das war es jetzt aber, oder? Ja, es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt keine Schriftrollen. Es gibt gar nichts. Ach, Trunks ist hier. Hä? Was machst du denn hier? Das muss es jetzt gewesen sein, Leute. Das war es. Es gibt nichts mehr zu erledigen. Wir haben alles geschafft. Außer die Parallelquests, aber die machen wir nicht. Also, Leute, damit verabschiede ich mich endgültig. Falls ich tatsächlich irgendwas Story-mäßiges vergessen haben sollte, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben, aber ich will Trunks die Zukunft nicht kaputt machen. Was ist das für eine Musik? Mega episch. Ach, jetzt muss auch eine neue Statue da sein, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Denn der Held wird ja immer in die Mitte gepackt. Und ich bin doch jetzt der Held. Die Musik, ey. Tatsächlich, da bin ich. Cool. Ah, ist das schön. Coolie. Yay, wir haben es geschafft. Jo, und ich bin auch am Ende. Das war es. Nach dieser Session, alter Schwede. War ein schönes Abenteuer. Hat Spaß gemacht. Ich habe Shenlong zwar nicht einmal gerufen, aber ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. So, nun verabschiede ich mich endgültig aus diesem Projekt. Dankeschön fürs Zus... für... für... dass ihr dran geblieben seid bei diesem Projekt. Und schaltet auch im nächsten wieder ein. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Projekt. Und tschüss. Euer Dengoku Senpai. Dengoku Senpai. Dengoku Senpai. Dengoku Senpai. Dengoku Senpai.